Hallo und herzlich willkommen bei der www.keyboardnewsakademie.de. Mein Name ist Dennis und heute zeige ich dir mein allerneuestes Registrationspaket. Das neue Registrationspaket heißt die große Hitparade Volume 3. 100 Registrationen für alle Keyboardformate, die wir immer so anbieten. Und ich habe es aus diesem Buch hier, genau ich habe das Buch genutzt, weil viele spielen ja gerne mit Noten. Und ja, Volume 1 und Volume 2 kennt ihr bestimmt schon, ansonsten könnt ihr auch mal bei uns im Shop gucken. Und das ist jetzt Volume 3. Wie gesagt, 100 tolle Lieder. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das Buch gefällt mir unwahrscheinlich gut, weil ich kannte eigentlich jedes Lied. Und das ist, sonst kommen ja immer mal so zwei, drei Stücke vor, die ich nicht kenne, aber hier kenne ich jetzt wirklich alle Lieder. Und das Schöne ist, schön benotet, das kann man richtig gut nutzen. Und ja, aus diesem Buch möchte ich euch jetzt mal ein paar Stücke vorspielen. Und wie gesagt, man braucht das Buch nicht, ne? Also die Lieder, die Bezeichnungen von den Liedern sind natürlich alle auch schon integriert. Ihr geht einfach auf eine Bank und da steht sofort das Lied und ihr könnt direkt loslegen. Also wirklich einmal drücken und direkt ist alles so eingestellt mit dem Tempo. Die Klangfarben habe ich neu eingestellt und könnt ihr direkt halt spielen. Aber wie gesagt, auch hier mit dem Notenbuch 100 Hits in C-Dur, da sind alle Lieder nochmal vorhanden als Notendarstellung. Und habe ich auch ab und zu gebraucht und jetzt würde ich sagen, fangen wir mal zu spielen. Viel Spaß! Bis zum nächsten Mal. 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 dann kann man ja auch einfach die die titel sehen und weiß sofort alles klar das kann man ja auch damit spielen und ansonsten habt ihr natürlich auch hier so listen wo das seht im keyboard aber natürlich gibt es auch eine pdf dabei für alle diejenigen die auch pdf gerne möchten und da haben wir noch mal alle leader sozusagen aufgelistet die dabei sind und also wirklich ein tolles pack ich finde ich mache also ich arbeite unwahrscheinlich gerne mit registration und da kommen wir auch mal so viele schöne ideen ich hoffe euch gefällt es ist ab jetzt erhält wie gesagt für alle formate dann geht mal bitte bei uns auf den shop www.aknew.de da könnt ihr gerne mal schauen lade ich euch herzlich zu ein da mal zu schauen und würde ich sagen sehen wir uns natürlich nächste woche schon wieder ach ja kein jem einfach stick rein und dann los geht's und sehen uns natürlich nächste woche wieder bis dann sagt denn es von der www.aknew.de abonniere 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 Vielen Dank.